Herzlich Willkommen zu dieser Padre Suisse Mission von Flylogic. Sie befinden sich auf der Padre Suisse Homebase Emmen und sind im Cockpit von Tiger 6. In wenigen Augenblicken wird Tiger Uno die Taxi-Clearance verlangen und anschliessen die Teamkollegen Tiger 2 bis Tiger 5 aus den Hangra-Boxen zur Startaufstellung auf Piste 04 führen. Sie schliessen sich in der Tiger 5 an und nehmen bei der Startaufstellung die Position von Tiger 6 ein, wie Sie das aus dem Ring gesehen haben. Flylogic wünschen sich. Umbeni Tiger Uno, Due, Tre, Contro, G5, Sexy, BD, GmbHare. Amateur, Tiger 85, Request Taxi 6. Tiger 85, Runway 04, QNH 102, Runway 04, QNH 102. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020